Denken sie, hier steht ein Iwano und lasst sich reparieren, äh, ein Terrano und lasst sich reparieren. Ja, Herr, der braucht bestimmt auch noch ein paar Pels. Habt ihr mal die dreckige Lache drauf. Da hinten sind immer ganz die Infanteristen. Ja, ich hab die Max angekündigt, aber ich mach die Max kaputt. Ja, was meinst du, mach ich hier? Yo. Hey, die Roadkills, ne? Da war es so, ich will mir so raus, ich bin raus. Warum bist du raus? Alter, uh, verbündete. Wie? Wie? Ich würde mal zusammen schreien, oder fest auf Vollrein, Alter, du bist selber schulter, Alter. Nur ist es hier, wenn er gerade ist, ich schieße zwei Magazin in das Sch... Hätte ich auch fast erwischt. Ja, und, wie ist er mich getötetet, ist mir scheißegal, warum. Ach, fuck, doch, jetzt ist es, es muss ich abhören. Ich hab mich ja auch nicht abgeschossen. So, Futter, auf wieder einsteigen. Ja, da... Ja, da... Und warum ich die Max nicht bekommen hab, das ist auch so ein Abfuck. Ja, wir haben sie doch gekriegt. Ja, ich bin gekommen. Ja, wie ist er mir gerade geschrieben, lol, du bist voll in meinen Sprung reingehüpft. Ey, siehst du, was du schuldig bist, niemals auf die anderen schieben. Trotz dem Rage, ich glaube, ich habe mich verbündetet, das ist einfach so der Auge, weil ich so oft mal verbündet, die getötet werde, mir ist scheißegal. Wenn die Hälfte der Kinder noch verbündet, dann geht Rage einfach immer. Wo bist du jetzt eigentlich? Ja, unter dir ist. Ja, ich weiß, unter mir ist ganz viel Scheiß. Oh, fuck. Geil, ich bin hier mit einer Helle und hab keinen Gunner. Ja, komm, 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 ich hab doch auf dich gefahrt. Schnell. Ja, aber unter dir ist einer. Ja, ich bin da. Jetzt. Da hinten ist nicht mehr, springen wir nicht in die Verbündeten rein, am besten. Sondern fangen ganz weit aus, damit keiner sein kann, mir hüpft mir. Oh, oh, lockons. Lockons, lockons, sind hier ganz ungesund. Das sind Spione. Egal, lockons. Ah, hab ihn. Nein, verbündet der Sanderer, du haust mich jetzt nicht da runter und hörst mich. Er hat's schon wieder versucht. Und jetzt überfährt er mich zum zweiten Versuch. Vollkart sein, du hast auch zwei Sekunden, hätten wir Damage gekriegt. Ja, der Sanderer hat mich zweimal angefahren von vorne, ich konnte mich ja nicht bewegen. Achso, naja, gut. Aber wenn du rot bist, muss ich ausstehen. Oh, ich hab keine Munition mehr. Nein, wenn du, wenn ich rot bin, drücke ich Feuerunterdrückung. Achso. Auch nicht der Stufe. Munition haben wir, glaube ich, hier auch irgendwo stehen. Ja, wir haben alles hier irgendwo stehen. Ja, da, eine Ammutterung. Vorne lagen aber irgendwo Panzermienen. Ja, ganz da vorne, ich weiß, wo die ungefähr liegen. Guck mal, da oben ist ein bisschen Spielehoher. Oh, vielleicht sind hier auch keine, weil es schwergelegt ist. Aber ich würde mal ganz schnell hier rausfahren. Ja, ja, ich bin doch schon dabei, aber das Problem ist, da schießen wir schon wieder 100.000 davon. Ja, aber der Hübne. Möchtest du auch mal schießen oder schaust du dir ganz nett nur zu, wie da hinten die Gegner hin und her fahren? Ich muss doch zielen, sonst bringt das doch nichts. Es bringt auch nichts, wenn du einfach gar keinen Schuss machst. Ich hab jetzt... Ich hab jetzt eingetroffen. Oh, Alter. Puh, diese Stelle, die ist extrem übel zu kämpfen. Nein! Nein, die ist extrem übel. Nein, weil der 3 auf Platz 3 hat mich gefragt, ob ich mit dem wechseln will. Ja, komm schon. Transportassist. Schon wieder, der Amt hat wahrscheinlich einen Kill gemacht, der hinten drin saß. Ah, irgendein Scheiß. Länktraketen geschützt davor. Ah, das ist diese Max. Verlacht diesen Abschnitt. Das ist diese Max, die uns haben will. Da war auch ein Spiel, gerade Track vor uns. Ich hab' ihn leider verpasst. Ich beschieß gerade in Sandi, bis hin, dass wir Arbeiter... Oh, aber Lock-On! Ja, das hat nicht gemeint. Ah, fast. Noch ne Lock-On. Noch ne Lock-On-Versucht, aber ich bin auch komisch. Boah. Hm, na gut, Munition habe ich noch ein bisschen. Ja, aber ich kann dir auch gleich Muni holen. Ja, eben, wo Gott sei denn, ist doch ein Web-Sandy da. Ja, und die Muni-Sandy. Dem habe ich jetzt wieder Muni für dich geholt, jetzt fahren wir hier im Rückwärtsgang ganz gemütlich hier nach oben. Lassen uns voll weppen. Das ist der von eben, der Nirk. Alter, Alter. Sind schon wieder Verbündete? Denken die, hier steht ein Vano und lass dich reparieren, äh, ein Terano und lass dich reparieren, oder was? Ne, ne, die sehen nur, ich stehe hier und fange schießen an. Vielleicht haben die alle mal das Video gesehen, dass sie dich abschießen sollen, wenn sie dich sehen. Jetzt hoffe ich aber, du hast was getroffen. Den ersten Schuss beim zweiten Bisschen bin ich schon wieder weggefahren, äh, der Leitner hab ich... Ich fahre die ganze Zeit, weil so bei dir stehen bleibst du mir tot, und stehen vier Leitnings. Alter, ich treffe alles los, nichts, was ich will. Dann treff jetzt mal, was du willst. Hm, ich muss mir erst einschießen. Ne, ist Vater weg. Ganz weiterfahren. Den sind aber noch tausende. Äh. Bist du gestalten, genau? Ja. Ich will wieder laufen. Fünfermlaufen. Oh, fuck, der. Wird eng? Muss ich raus? Ne, 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 lauf. Bist du un'n gescheitender Schütze? Ja, mach mal. Markus, mach du mal nicht, Kier. Ich muss in den Nahkampf, ich baue hier noch Kills. Au. Das wieder ne Lip. Oh, was auf, Lightning kommt, Lightning kommt. Die Lip hat der Haki. geben ihr müsst uns auf den Leiden konzentrieren werden dass wir versuchen in diesem Gang zu überleben ganz schlechte Idee der ist immer noch da und wo ist der Leiter Leiter hier bei mir ne der lebt doch ne der lebt doch direkt vor uns jetzt ist er und nachtschuldig habe ich jetzt so Warrungen getötet ich brauch muss ich hab erst mal nachgemonitionieren müssen wenn der Harry fliebt blieb blieb ja deswegen muss ich weg ich hab ja und ich muss überleben oh man scheißflein wir kommen nicht vorwärts was wollen wir hier komm nicht vor ich hab gut Punkte gemacht ja Punkte mach ich auch ich mach erstmal die Rail ich hab noch das Visier für meinen Railgun gekauft immer austesten was das taugt oh 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 der ne ja immer sich beschweren und dann selber ja zweimal schon ja ja das eine war mit der Vorwärter geht in der Verwärter gehüpft das geht aus wie wir da kannst du gar nichts dagegen sagen ach du scheiße ja und das andere war jetzt so ok wenn wir abgeschossen werden streikt war ein Markkopf und die läuft nicht gegen den Hermeser aber streikt nicht ein du bist einfach nur dagegen gelaufen echt stand und hab repariert oh Debs ja aber ich stand es so nah dass du quasi in meinen Drähtern drin standest ja kann ich nicht so schön ich möchte nicht auf der Straße stehen bleiben boah mann was was scheiße ist das denn oh die kommen über die Berg Vorsicht gell die gehen über den Berg drüber Alter wie viel ist denn das jetzt sind schon die ganze Zeit zu viele nur jetzt wollen sie sich endlich pushen ja sie pushen ob wir uns schon gesehen haben weil sie haben wir gleich ne fuck was tötet mich ja gut Spatzenhinder hat mich getötet oh wir haben ihn tatsächlich oh er hat uns bemerkt komm ich da rüber ich werde genau auf den Felsen der Hüben landen jawoll gelandet aber ich glaube das ist doch verkehrte Felsen NEEIN ach ne der ist der richtige Light oh Light hat uns gefunden und der Brawler auch was also alle ich komm nicht weg ich komm nicht weg ich hab schon die Tröte gegeben ja das Problem war zwei Brawler und drei Lightlings auf einmal auf dem Harrizer und geht dann ein bisschen schnell aber ich überleb ja hier immer ewig lang die sind schon oben auf dem Felsen und den nächsten boah bin ich schlecht heute oder bin ich schlecht komm Lightling alter war halt immer ne scheiß KD wenn ich der Fahrrad bin weil ich kann halt einfach keine Küsse machen und wenn dann ist das so verbuggt alter und dafür dass wir Lightlings leben boah bin ich Lightlings ist so oder A.cappen A.cappen hört sich realistisch an ja er wird schon gecappt dann bin ich nicht wird nicht gecappt ein Heavy steht oben ihr geht rein oder jetzt hab ich den A.cappen 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 ich kann kein Scharfschütze mehr sein das ist so behindert ja ne weil du es einfach nicht mehr drauf hast ne ich kann es nicht mehr alter ich hab von plus 10 auf minus 3 geschafft das ist halt oben ja ich hab's gesehen ja ich hab's gesehen das ist viele Gegner hier oh die sind alle hinter uns ja wir haben hier den Sandsee 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 ja ich bin mal wieder neben dem Video aber Yolo nur so macht man auch was NEIN 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 man wie behindert ist das denn Light nix und nochmal die fahren alle jetzt auf uns was sind das für Morgens ja ja und nós ja ja